Hermann, weißt du, was du letztes Jahr zu Weihnachten bekommen hast? Ne Wampe! Alter, wenn der weiter so frisst, dann kannst du ihn im Januar als Kinderhüpfburg vermieten. Ihr frisst ja noch Klöße und Ente, dann hat er keinen Bauch mehr, sondern Feinkostgewölbe. Stefan, nimm die Hand vom Dödel! Oder suchst du die zwei Nüsse für Aschenbrödel? Boah, echt, ey. Und in der Bundesliga-Englische Woche. Zum Schluss noch mal Endspurt. So eine englische Woche, die ist ja auch wie so eine verkorkste Ehe. Essen schmeckt nicht mehr, Wolken am Himmel, die ziehen nicht mehr weg. Und am Ende musst du noch zweimal ran. Andi, weißt du, warum dein Trikot beim Trikottausch das begehrtestste ist? Weil da keine Schweißflecken drauf sind! Mann! Und dem Baum traut Schalke jetzt eine Serie zu. Ja sicher, komplette Staffel Walking Dead. Das packen die locker. Und Leverkusen, die Pillendreher, die können auch Herbstmeister werden. Was ist der Unterschied zwischen Weihnachten und Bayer 04 Leverkusen? Weihnachten hat Tradition. Kevin! Dich schicke ich zur Darts-WM! Immer wenn ich dich sehe, bin ich auf 180! Mann, ey! Ah! Mensch, Aki, schön, dass ich dich treffe. Ey, Trainer, du hast mich mit dem Ball abgeschossen. Ach! Ja, dann kommen wir auch mal pünktlich, du Doof! Sorry, Trainer, aber mein Oma hatte doch Geburtstag. Zum dritten Mal in diesem Jahr, oder wat? Komm, setz dich auf die Bank! Ja, und beim BVB, ne, da läuft das, ne? Terzinc hat übernommen nach einer 1 zu 5 Niederlage, vom Co-Trainer zum Cheftrainer. Das war damals wie beim Flick, der hat dann das Triple gewonnen am Ende noch. Favre, deine Welt sind die Berge. Favre! 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 Hab ich gar keinen Bock jetzt, ey! Der Favre! Hier, Aki, komm, nimm mal das Handy und sag, du bist Aki Watzke, der hat sich verweht. Watzke bei Uwe am Telefon? Boah, blöd, wie drei Meter Feld nicht, gib mir das Ding her. Lusien, hallo! Grüß dich! Uwe, Glückwunf, what give it? Ich wollte fragen, ob du in Dortmund-Trainer wirst? Nee, der Hausmeister macht das doch ganz gut hier mit dem Team ohne Abwehr. Äh, Uwe, ich habe den Karton gut aufgebaut. Nee, klasse Nummer, hast richtig gut gemacht, deswegen bist du ja auch noch da. Lusien, bei dir ist es so ein bisschen wie bei der Weihnachtsgeschichte, ne? Das ist ein Klassiker und alle hören es gern, aber irgendwann ist die Geschichte auch mal auserzählt. Äh, Geschichte, ich sitze gerade bei Almö und wir essen Käsefondue. Sag mal! Was ist das denn hier? Äh, Uwe, brüllst du mich an? Ja, nicht du, Mensch! Hättest du vielleicht einmal, ne, bei Dortmund gebrüllt, da wärst du jetzt auch noch im Amt. Tschürkens! Sag mal, ich glaube, es geht los hier, oder was? Kommt zu spät? Soll ich dir nur ne Decke mitbringen, oder was? Und schenkst dir jetzt hier kalten Glühwein ein? Unverschämtheit! Machst denn keinen für mich mit? Ja, komm! Komm, ey! Nicht! Ja... Herrmann! Du hast es schlimmer als einen Zweikampf, ne? Boah, da sagst du was. Andi! Dem ist so hohl, ey! Den kannst du beim Krippenspiel noch nicht mal einsetzen als Esel. Ne, der ist die Maria. Ja. Bis zum argentinischen Stürmer brauchst du aber noch ein bisschen. Wat? Wat? Stefan! Dich verlose ich nächstes Jahr beim Schrottwichteln! Boah, ey! Mir langs. Komm, Acki, mach dich warm jetzt. Mir reicht's. Jo, bei Eintracht Frankfurt war die englische Woche wie Beans on Toast, ne? Zum Kotzen. Dann kommt in den letzten 5 Minuten noch hier das Musikantenstindel und knallt hier noch einen rein. Wenn ich einmal traurig bin, trinke ich nen Hefe. Wenn ich dann noch traurig bin, trinke ich noch nen Hefe. Ne. Wenn ich einmal traurig bin, trinke ich nen Hefe. Der Basler. Mario! Der Uwe! Glück auf! Wat gib ich? Hey Uwe! Ich hab grad nen Anruf vom BVB bekommen. Hast du Bock mit mir den schwarz-gelben Haufen zu übernehmen? Ne. Wie, ne? Ja, Weizenbier und Kippen hab ich hier genug? Ich trink kein Weizenbier, sondern Wodka Lämm. Ohne Lämm. Ja. Da mal guten Durst und frohe Weihnachten, ne? Tschöckens! Boah, wo ist denn der Aki? Aki! Komm ran da! Einwechslung! Boah! Mensch! Aki, dat ging aber schnell! So komm Aki, mach jetzt! Auf! Ja, Aki. Jetzt müssen wir wieder ein Glühwein, ne? Kalt! Komm! Ichмовos! Vielen Dank.